Ein abschätzender Blick, ein breites Grinsen und eindeutige Körpersprache. Ja, Elena Uli gefällt, was sie hier sieht. Was genau? Die passendere Frage ist wohl eher wer? Es ist der Berg-Doctor-Star Hans Siegel, der das Blut der Schauspielerin in Wallungen bringt. Der 50-jährige ZDF-Darsteller führt seit Ende April eine Instagram-Videotalk-Reihe. Dort begrüßt er unter anderem Promis wie Comedian Bülent Ceylan und Moderatorin Ruth Moschner. Dieses Mal ist es die 44-Jährige, die mit dem Serienarzt über ihren Werdegang spricht. Doch von einem gewöhnlichen Dialog zwischen zwei Kollegen kann hier nicht die Rede sein. Immer wieder tauschen Elena und Hans tiefe Blicke aus. Die Autorin kichert den attraktiven Österreicher fast unaufhörlich an. Und dann spielt sie beim Stößchen auch noch so mit ihren Haaren – ein eindeutiges Flirtsignal. Es scheint, als würden Elena und Hans komplett vergessen, dass sie beide seit über einem Jahrzehnt vergeben sind. Seit 2006 ist die Schauspielerin mit ihrem Lebenspartner Fritz Kalli irt. Der 50-Jährige ist hingegen seit 2008 mit seiner Frau Susanne Siegel verheiratet. Trotzdem, gegen einen kleinen Flirt scheint ja nicht immer etwas zu sprechen, möchte man hier meinen. Und auch wir müssen schmunzeln, wenn wir die verzückte Elena bei ihrem Regenaustausch so beobachten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020